Guten Morgen, Herr Lippe-Fu. Guten Morgen. Na, ihr zwei Prinzessinnen? Genau, glaub mal, der Bibel den Kaffee. Hallo. Die ist aber groß geworden. Sagen immer alle, gell, die kleine Lissi. Niki? Niki? Ja, genau. Hallo. Hallo. Guck mal, der Mal ist. Hallo, Dora. Guten Morgen. So. Schatzi, alles gut. Ui. Du Eifersuchtsnudel, darf ich auch mal den Niki streichen, ne, Dora? Ju. Gut. Gut. Das ist gut. Hast du dich schon geschmückt? Was im Garten, gell?